Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass Multiplizieren beim geschickten Abzählen oft eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass in einem Klassenzimmer in jeder Reihe acht Stühle stehen und es insgesamt drei Reihen gibt, dann können in diesem Klassenzimmer 3 mal 8, also 24 Schülerinnen und Schüler Platz nehmen. Die Ziele für dieses Video sind, dass wir gemeinsam zunächst ein konkretes Abzählproblem durch geschickte Wahl der Darstellung vereinfachen, sodass wir dann nichts weiter tun müssen, als die Anzahl der möglichen Positionen beim Schifferlversenken berechnen. Schauen wir uns das konkrete Problem gleich einmal an. Und zwar, wie viele Paare bestehend aus Smiley Face und Stern gibt es, bei denen Smiley Face ein Buchstabe aus der Menge aller Buchstaben ist und Stern eine Ziffer aus der Menge der Ziffer. Das sind dann Paare wie zum Beispiel a1, n7, z2 und so weiter. Jetzt können wir uns überlegen, dass wir vielleicht die Darstellung ein bisschen ändern. Und zwar könnten wir diese beiden Komponenten wie in einem Raster, wie beim Schifferlversenken anordnen. Das würde dann so aussehen. Und zwar für jede Spalte haben wir einen Buchstaben und für jede Zeile eine Zahl. Und so können wir jedem Paar genau ein Feld in diesem Raster zuordnen. Wir sehen zum Beispiel hier eingezeichnet das Paar C2. Und wenn wir jetzt hier das Ganze in diese Darstellung gebracht haben, die Darstellung vom Schifferlversenken, dann wird unser Problem plötzlich ein bisschen leichter. Erkennst du warum? Hier der erste Arbeitsauftrag. Berechne die Anzahl verschiedener Paare. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch kurz darüber. Also gut, wenn es jetzt so ist, dass jedem Paar genau ein Feld in diesem Raster entspricht, müssen wir nur einen Weg finden, ganz schnell die Anzahl der Felder in diesem Raster abzuzählen. Und da können wir ja gleich vorgehen, wie bei unserem Beispiel mit dem Klassenzimmer vorhin. Also müssen wir nichts anderes tun, als 26 mal 9 zu rechnen. Und das ist dann genau 234. Also die Anzahl verschiedener Paare ist 234.